So, der Schilling meldet sich durch das Welt von Arglord 2. Ich bin jetzt hier in der nächsten Zone angekommen und zwar im gefrorenen Paradies. Die finde ich richtig fein, ist eine Winterlandschaft, erinnert mich an EverQuest 2, weil dort war ich auch in den Winterzonen immer so lange. So, und ich werde jetzt übrigens noch hier immer, wenn ich aufnehme oder allgemein keine Zeit habe, das Flüstern deaktivieren, dass nicht immer jemand schreibt und dann auf eine Antwort vielleicht wartet. Und wegen der Gilde wollte ich sagen, da warte ich noch bis zur Serverzusammenlegung, denn ansonsten wird vielleicht sowieso irgendwie, ja, keine Ahnung. Ich warte einfach, bis das zusammengelegt wurde und dann kann ich eine Gilde gründen. So, hier nehme ich erstmal Quests an, muss mit der Botanikerin Botanie, was für ein kreativer Name, sprechen. Was hat die denn für mich? Ein paar Quests, jawohl, wieder zum Hochleveln von den Waffen, das ist fein. So, und hier vorne und oben gibt es auch noch was und ein paar, ich wusste am Anfang gar nicht, wo ich hingehen soll. Einige Camps sind hier, wo ich jetzt schon was annehmen kann. Hier das Main Camp und dann Razorwind Town. Yo, was gibt es hier sonst noch alles? Einen Dungeon sehe ich dann, den zweiten, Burg Frostwolf. Ja, das könnte interessant werden. Was muss ich machen? Diese Quest auf Albtraum, da muss ich noch schauen, ob ich da nochmal reingehe mit einer Gruppe auf Albtraum. Im Video Frostiger Baum. So. Sowohl in Everquest Online Adventures, also der erste, naja, ist nicht offiziell der erste Teil, sondern es gibt auch in Everquest 1 am PC. Aber auf der PS2 war das, Everquest Online Adventures. Dort war ich auch richtig lange, das heißt dort Permafrost, dieses Gebiet. Und, also es gibt immer Frost, Permafrost, Dauerfrost, so ein paar. Und, da gab es auch einen Boss in diesem Online Adventures, der war richtig krass. Da hat man so 50 Leute oder so benötigt. Und musste sich eine extreme Taktik ausdenken, weil der praktisch jeden gewoneshotted hat. Aber den musste man besiegen. Weil, einer von denen, die hießen Dreadnoughts. Oder irgendwas mit Dread, ich glaube Dreadnoughts. Und, die haben nämlich einen Schlüssel zur Isle of Dread gedroppt. Und, dort waren dann so richtig krasse Bosse, die man abfarmen konnte. Und, den musste man für jeden extra machen. Wir hatten dann eine Taktik, und zwar, den konnte man wurzeln. Das war praktisch. Und, wir haben den immer gewurzelt. So, und dann war mal 10 Minuten Ruhe. Einer, der Droide, immer nur wurzeln, wurzeln und so weiter. Und, dann der Tank, ein Krieger, hat andauernd getauntet. Also, so einen Verspöttenzauber gemacht, dass der eine Aggro aufbaut, die man so leicht nicht mehr klauen kann. So, und danach einfach im Kreis laufen, mit ein paar Geschwindigkeitsbuffs. Und, irgendwann lag der dann. Da hab ich im... Die Amis waren uns da immer ein bisschen voraus, im Vergleich zum deutschen Server. Hab ich bei den Amis mir ein paar Videos angesehen, so. Und, mir die Taktik von denen abgesehen, sozusagen. Wir haben sie ein bisschen noch angepasst für unsere Verhältnisse. Aber, das war schon ganz cool. Und, dann in EverQuest 2 gab es natürlich diese EverQuest-Ära, oder allgemein, dass die Lore, die Geschichte von EverQuest, die wurde in alle Spiele übernommen. Dort gab es dann auch Permafrost. Und, da gab es so einen Boss, die... Oh, Level Up, sehr schön. Und, dieser Boss kam genau jede Stunde. Also, der hatte eine Respawn-Zeit von... Moment, was muss ich hier machen? Von einer Stunde und... 15 Minuten oder so. Und, ich hab mir dann immer den Wecker gestellt und bin genau dann immer wieder zurückgekommen. Und hab den Boss einfach abgefarmt ohne Ende. Weil, das war einer, den konnte ich gerade noch so Solo schaffen. Als Schattenritter ich damals. Und, ja. Hab aber trotzdem den Loot von einem Gruppenboss bekommen. Und hab mir dort Geld gefarmt ohne Ende. So. Ich muss jetzt hier etwas einsetzen. Wenn ich jetzt so drüber nachdenke, hätte ich gerade richtig Bock, einfach so ein paar Videos zu machen. Dann, EverQuest 2-Geschichten oder alte MMORPG-Geschichten, Gaming-Stories, irgendwie sowas. Goblin Angler. Hm, wo sind denn die? Denn da ist schon einiges passiert. Ich hab immerhin EverQuest Online Adventures ein paar Jahre gespielt. Dann kam 2004 EverQuest 2 raus. Hab ich auch nochmal vier, fünf Jahre gezockt. Ja, das ist schon eine gewisse Zeit, würde ich sagen. Aber keine Ahnung. Ich meine, ich kann mich ja nicht mal mehr an alle Dinge erinnern. Das war so viel. Das alles wieder in den Kopf zu rufen. So, ich muss sagen, ich sehe hier keinen Angler. Vor allem, wo soll man hier angeln? Ist das ein eingefrorener See oder was auch immer? Nein, oder Fluss? Vagabund? Hier steht zumindest fünf. Ach so, oh man. Ich muss eine Goblin Angel von einem Vagabunden finden. Ja, sag mir das doch gleich, Mann. So, ich muss sagen, dieser Dreier-Kombo von der Axt, der haut richtig krassen Schaden raus. Ich kann mir nicht helfen. Kommt mir manchmal sogar so vor, als ob der mehr Schaden machen würde als der Dreier-Kombo von meinem Pfeil und Bogen. Oder so, keine Ahnung. Hui, das war mal ein fetter Loot. So, und jetzt, wenn es wieder Tag wird, vorher wurde es dann dunkel und Nacht, muss ich vielleicht sogar die Helligkeit wieder ein bisschen runterstellen. Das ist in manchen, ich kenne das gar nicht so, dass man die Helligkeit separat anpassen kann. Aber in manchen Teilen hier von der Welt, von Kantra, ist das hier etwas, ach so, etwas düsterer und dann wieder heller. Hier unten. Aber das gibt es ja... Wie heißt das? Eisangeln oder so? Die machen da irgendwo in einem See einfach ein Loch hinein, halten ihre Angel rein und... Ja. Angeln dann einfach. So. Die wollte ich nicht, aber egal. Zwei brauche ich noch. Eine Post habe ich bekommen. Aber in dieser Stadt oder in diesem Dorf ist hier leider kein Briefkasten, das ich da nachsehen könnte. So, keine Ahnung, Level Up 24 oder so? Nö, das wird es nicht sein. Komm schon, mach schneller. Ich möchte da nicht zu Fuß hingehen. So. Eben, geht doch. Critical. Bam. Und nach dem Dreier-Kombo sofort tot. Ja, ganz nett. So. Jetzt ist die Frage, was nehme ich mir? Nehme ich die XP für den Bogen oder für die Zweihandwaffe? Nehme ich die Spieße. 21, 17. Ich müsste fast für den Bogen nehmen, denn auch der ist hinterher. Ja, ich denke, ich nehme für den Bogen. Jo. Und dann hier nochmal was. Sehr schön. Den Spieß umdrehen. Bei der Kälte. Ob da was passieren wird? Was gibt es hier für eine Suppe? Mhm. Nö. Lacht mich jetzt nicht so an. Diese Pixel-Texturen-Suppe. Feuerholz sammeln. Gut, Goblinbaum. Und dann das Teil hier erstmal einsetzen. Meine Buffs sind auch ausgelaufen. Ich habe so viel gecraftet, die kann ich nebenbei immer einwerfen. So. Level 22. Mal schauen. Expertise, nein, Beherrschung. 22,5. Lanze. Oh mein Gott. Das wird dann lustig. Werde ich aber irgendwann am Maximallevel machen. Das hochleveln. So, was. Durch Level 24 kann ich jetzt sogar in dem nächsten Outpost hier was annehmen. Ab wann ist der Dungeon? 30 oder so? 25, okay. Das heißt, da steht dann bald der nächste Dungeon an. Diesmal vielleicht zu zweit, denn die Normal-Dungeons kann man ja auch zu zweit machen. Jo. Das könnte ich so machen. Was gibt es denn hier? Epische Ringe. Ich glaube, hier habe ich sowieso recht alte. Oh, einen Goblin. Nein, da war gar nichts drin in dem letzten. Verdammt. Verdammt, verdammt. Ja, hier wieder Dreier-Kombo und der war noch am Leben. So, jetzt die letzte Goblin-Angel. Und ein neues Reiztier möchte ich dann auch haben. Keine Ahnung, wo man da die nächsten bekommt. Weil das Pferd, ich habe gar nicht so Lust aufzusatteln, weil mir das nicht gefällt. Ja, es ist in Ordnung, aber trotzdem. So, was kann ich hier nehmen? Schaden oder Abwehr? Natürlich der Schaden, die kann ich dann später sowieso craften. Und Köder sammeln. Gut, das sind jetzt nur ein paar Kill-Quests. Irgendwie öffnet sich die jedes Mal wieder, auch wenn ich sie ausblende. Sie kommt immer wieder wie ein Boomerang. Hier was sammeln. Schneefeld, Pflanze. Das Ding ist nur, in Everquest Online Adventures, da war... Es gab keine Zonen. Hier kann man ja... Da gibt es hier Ladebildschirm und... Ja, aber das gab es in Everquest Online Adventures nicht. Und das hat mir so gut gefallen. Es gab keine Karte. Es gab... Ja. Man musste alles entdecken. Man konnte sich an nichts orientieren. Man muss sich vorstellen hier jetzt... Moment, wie kann ich... Genau, so. Minimap ausgeblendet. Und man muss sich jetzt einfach nur vorstellen, so läuft man. Und weiß nicht... Ja, ich weiß jetzt, hier ist dieses Dorf. Aber wo geht es weiter? Man hat keine Ahnung. Es gab keine Karte im Internet. Die haben dann später Spieler selbst gebastelt. Aber ich bin einfach so gelaufen. Ah, okay. Hier ist eine Festung. Eine Stadt. Hier könnte man mal schauen. Und dann hat man irgendwo noch eine Höhle entdeckt, wo noch nie jemand war. Mit einem Boss drin. Und so hat man einfach... Ja. Das Spiel erkundet und entdeckt. Und alleine wenn ich jetzt so... Muss ich ehrlich sagen, die Karte ausblende... Das ist schon ein ganz anderes Spielgefühl. Nur okay. Ich weiß, ich kann sie einblenden. Deshalb mache ich es auch. Aber wenn sie einfach mal weg ist... Ja. Hier. Einfach so. Kein Questhelper. Sowas gab es ja auch nicht. Da musste man dann im Inventar nachsehen. Wie viel habe ich jetzt von dem? Wie viele brauche ich? Wo gebe ich ab? Da gab es auch nicht. Automatisch hinlaufen oder so. Nö. Oh, das war... Das war schön. Das war echt schön. Müsste man mal so eine Challenge machen irgendwie. Ein MMORPG durchspielen unter Anführungszeichen. Ohne Questhelper. Auch wenn es einen gibt. Ohne Karte. Auch wenn es eine gibt. Und ja. Das wäre doch auch mal was. Ja. Genau. Also das vermisse ich so ein bisschen mal wieder. Beziehungsweise heute... Ganz ehrlich. Wenn das heute in einem Spiel wäre, muss man auch zugeben. Es würde so schnell einfach eine Karte im Internet existieren. Eine selbst zusammengetragene. Und ja. Da könnte man dann auch immer schummeln. So, Goblin-Anführer. Wo ist denn der hier? Den snacke ich noch weg, würde ich sagen. Mal schauen, was der Anführer von dieser Meute hier so kann. Ist das die Hauptstadt? Ja. Da bin ich bei Bunny Luna. Holzhaufen. So. Und wo ist der Anführer? Holzkiste. Komm heraus. Nummer drei. Ganz hinten. Hier. Ich sehe ihn schon. Der Anführer Steinkopf. Mal eine Falle legen. Oh nein. Falscher Knopf. Ich wollte eine Falle legen. Na dann eben jetzt. Ach so. Das ist sowieso ein Fernkämpfer. Oder wie? Was hat der denn? Der hat eine Schusswaffe. Nein. Ein Magier ist das. So. Drei Sekunden Stun. Gleich mal ein paar Heads zusammengepullt. Das ist natürlich nicht so fein. Oh. Der ist schon tot. So schnell kann es gehen. Und der auch. Sauber. Also die Fallen, muss ich sagen, irgendwie... Ja. Sind die nicht immer so gut. Ich habe mir das besser vorgestellt am Anfang. Hm. Nö. Ich will eher Damage. Gut. Hier kann ich noch die Holzhaufen einsammeln. Boah. Je mehr ich jetzt hier so in dieser Eiswelt bin, desto mehr Bock habe ich, nochmal in Everquest einzutauchen und ein bisschen über die Stories so zu reden. So ein... Was war das? Ein Zippbaum. Gibt es den auch als rar? Hahaha. Schlecht. Der war schlecht. Der war schlecht. Aber hier schön anzusehen. Ah. Vielleicht fotografiere ich sowas oder so für das Videobildchen, für das Vorschaubild. Oder... Nö. Mal schauen, was ich da mache. Irgendwas wird mir schon einfallen mit Taste F10. Wie gesagt, kann man... Oder F11. F... F11. F11, genau. Kann man hier das Interface ausblenden. Dann muss man noch in den Optionen den Namen ausblenden. Ach so, das ist der Boss. Ich denke mir schon, warum fällt der nicht um? In den Optionen noch die Namen ausblenden. Und dann passt das auch. Gut. Na dann werde ich jetzt mal auf jeden Fall auf so 25, 26 Level irgendwie, um in den Dungeon zu kommen. Danach, nach diesem Serverzusammen-Fusionierungs-Dings, werde ich auch eine Gilde gründen. Ja, das sind so die nächsten Pläne und natürlich irgendwann Level 30 für Gefechte und dann nächster Halt, Max-Level. Das heißt, einiges zu tun, beim nächsten Mal aus der Welt von Arklord 2.